Section Control ist ein sehr praktisches Hilfsmittel, um die Genauigkeit bei der Ausbringung verschiedenster Betriebsmittel zu erhöhen und so Kosten zu sparen. Besonders bei Sämaschinen ist es aber schwierig, die maximale Genauigkeit zu erreichen. Dieses Video erklärt mit Hilfe einer Animation, welche Einstellungen beachtet werden müssen, warum diese so wichtig sind und wie man fahren muss, damit die Maschine auch richtig rechnen kann. Der entscheidende Faktor ist, dass das Saatgut nicht in dem Moment in den Boden gelangt, neben der Dosiermotor, anfängt zu drehen. Die Animation veranschaulicht dies. Der Dosiermotor beginnt zu drehen und gibt das Saatgut in den Luftstrom über. Dann dauert es aber noch, bis die ersten Körner wirklich am Seeschar ankommen. Ebenso sind auch noch Körner im Luftstrom, wenn der Dosiermotor gestoppt wird. Diese Reisedauer der Körner im Luftstrom muss man berücksichtigen. Dies geschieht, indem man den Dosiermotor schon aktiviert, bevor man eigentlich sehen will. Und bereits deaktiviert, bevor das Feld tatsächlich zu Ende ist. Dadurch soll das Saatgut immer genau im richtigen Moment am Seeschar ankommen. Wann genau der Dosiermotor aktiviert bzw. deaktiviert werden muss, legt man durch die Sektion-Control-Zeiten fest. Dabei handelt es sich um die Verweihzeit der Körner im Luftstrom. Lassen wir nun noch einmal die Animation laufen und stoppen die Zeit, bis die Körner tatsächlich am Boden ankommen. Das bedeutet also, dass das Dosieraggregat hier 5,56 Sekunden früher einschalten muss, als das Saatgut am Boden sein soll. Beziehungsweise 5,56 Sekunden bevor die Seeschare die Seekante erreichen. Beim Abschalten des Dosiermotors ist es ähnlich. Messen wir daher nun auch noch die Abschaltzeit. Demzufolge muss der Dosierer 5,24 Sekunden früher abschalten, als wir mit dem Sehen aufhören wollen. Um das Ganze in Relation zu bringen, gehen wir für die weitere Betrachtung einmal davon aus, dass wir konstant 8 km pro Stunde fahren. Das entspricht 2,22 m pro Sekunde. Das bedeutet, dass unsere Seemaschine knapp 12,3 m vor der Seekante einschalten muss, damit das Saatgut punktgenau am Seeschar ankommt. Abschalten muss der Dosierer gut 11,6 m vor dem Ende des Feldes. Gleichzeitig bedeutet eine Abweichung der Section-Control-Zeiten um 0,5 Sekunden eine Fehlstelle mit über 1 m Länge. Diese Strecken gelten wohlgemerkt nur bei einer Fahrgeschwindigkeit von 8 km pro Stunde. Bei jeder anderen Geschwindigkeit verändern sich diese Strecken. Der Jobrechner berechnet diese Strecke, ebenso wie wir gerade, mit Hilfe der Section-Control-Zeiten und der Fahrgeschwindigkeit. Andersherum kann man auch mit Hilfe der Fahrgeschwindigkeit und der Länge der Fehlstelle im Feld die Section-Control-Zeiten anpassen. Dafür gibt es separate Videos von uns. Wenn man aber nicht mit einer konstanten Geschwindigkeit fährt, sind alle diese Berechnungen wertlos. Der Dosierer kann nämlich nur auf Basis der aktuellen Fahrgeschwindigkeit gestartet oder gestoppt werden. Nehmen wir weiterhin an, wir fahren mit 8 km pro Stunde und an dem grünen Balken rechts unten wollen wir beginnen zu sehen. Dementsprechend startet der Dosierer 12,3 m vor dem Balken. Gehen wir nun davon aus, dass wir nach 2 Sekunden die Geschwindigkeit auf 10 km pro Stunde erhöhen. Bis dahin sind wir bereits 4,44 m gefahren, der Dosierer läuft und 7,86 m fehlen noch. Wenn wir jetzt mit 10 km pro Stunde weiterfahren, werden wir in der restlichen Zeit, bis das Saatgut am Boden ankommt, noch 9,9 m fahren. Das heißt, wir werden erst 2 m zu spät aktiv sehen. Aus diesem Grund muss man am Vorgewende ab etwa einer Gespannlänge vor der Saatkante immer eine konstante Geschwindigkeit fahren. Man kann schließlich nicht die Geschwindigkeit des Saatguts im Luftstrom verändern. Die Section-Control-Zeiten variieren zudem sehr schnell. Auch wenn augenscheinlich alle Einstellungen aus dem Vorjahr übernommen wurden, müssen die Section-Control-Zeiten bei jeder Fruchtart zu jedem Saattermin immer noch einmal angepasst werden, indem man die Längen der Fehlstellen bzw. Überlappungen misst und im Terminal eingibt. Die Einstellung der Section-Control-Zeiten ist auch für mechanische Drillen relevant und Section-Control schaltet auch immer erst, wenn die Maschine in Arbeitsstellung ist.